Comic-Con 2013 in San Diego. Und heute ist ein sehr, sehr spannender Tag. Wir sind zum Freitag und Interviews mit The Walking Dead Cast. Es kommt so viel, so viele, wie erwähnt, große Dinge. Saison 4 wird eine Progression von alles, was in Saison 1 und 3 passiert. Und es wird größer, besser und viel cooler. Ich muss sagen, drei Worte. Moe, bigger, better. Es ist sehr, was es in Saison 3 ist. Die Characke ist, Rick's Group ist in der prison. Und die Gouverneur ist da irgendwoher. Aber ich denke, die Idee der Komplexe Characke ist, durch sehr emotionalen Zeiten. Es ist sehr intensiv. Es ist ein Passage in Time, das wir nicht zu sagen. Aber meine Characke ist in ein wirklich cooles Ort. Sie hat viel Vertrauen bekommen, nach den Schenken der letzten Saison. Und Maggie will es leben. Sie will nicht einfach nur leben. Sie will es leben. Es ist eine wirklich lustige Sache zu spielen. Es ist mehr intensiv. Es sind unsere besten Schriften, die wir noch nie gemacht haben. Wir sind alle sehr, sehr glücklich. Die Characke development ist besser. Es gibt eine neue Threat, mit den Zombies, das ist ganz neu, und sehr gut gedacht. Das ist das, was wirklich dringend ist, was das ganze Wunderfühl an der Verkaufstattung ist, dass es diese wunderbare Kombination aus wirklich dringend action und dann wirklich kind of shocking Erfahrungen für die Characke. Es ist das Gorgelte Mix, das macht dich immer, ever, comfortable. Mit der ersten Schauspielern, alle haben einen Applaus gemacht. Es ist die gleiche Gruppe, die in der Zeitung war. Es ist eine unglaubliche Solidarität und Kompromisse von allen. Ich liebe die Arbeit zurück. Ich liebe die Rick Grimes spielen. Es ist einer der größten, professionelle Arbeit. Es ist einer der größten Rolle in meiner Karriere. Ich hoffe, dass ich die Apokalypse survive. Sind Sie glücklich mit der Geschichte, die Ihr Charakter hat für die neue Saison? Ja. Ich bin überraschend, aber sehr glücklich. Die Charakter haben sich sehr gut gemacht. Nicht nur für mich, sondern für alle. Die Charakter haben manchmal in den letzten Saison keine Zeit gehabt. Sie haben Zeit in dieser Saison. Wir lernen mehr über sie. Die Charakterin kommt wirklich durch. Man sieht wirklich großartig aus den Leuten. Ich bin überraschend. Ich bin überraschend. Sie haben sich überraschend, dass sie die Chance auf der Stelle aufstehen. Und es ist wunderbar. Aber kannst du uns über das? Bitte? Ich kann dir nichts sagen. Ich kann dir sagen, dass du Rick in einem völlig anderen Raum findest. Wenn es beginnt. Und er ist sehr viel zu retten, dass er der Mann war. Für die Säge von seinen Kindern. Es ist nicht der Rick, die du gesehen hast. Es ist ein sehr interessanter Ort zu beginnen. Michonne ist Teil einer Gruppe. Und es ist wirklich eine Frage, ob sie in eine Gruppe ist. In einer Gruppe, sogar in einer Smaller Gruppe. Es ist wirklich das Reise für sie. Und Michonne hat bestimmte Elementen von Unfinished Business. So, es ist die Juxtaposition. Das, combined mit, ob sie wirklich ein Teil von einer Gruppe ist. Und wenn sie kann, wenn sie nicht. Was ist das für sie? Und wie ist sie das für sie? Ich bin sehr glücklich. Ja. Es ist Season 4 jetzt. Wir alle kennen die Charaktere sehr gut. Und die Wörteren kennen die Charaktere sehr gut. Die Akten haben wirklich eine Grip auf die sie in dieser Welt sind. Und es ist einfach so gut. Es ist nicht ein Weak Link in unserer Chain. So, es ist großartig. Well, look. Thank you for watching. And thank you for tuning in. And we're just always kind of amazed and thrilled by people. It's certainly the world's reaction. And I get an incredible fan mail from people that's very, very moving. And this has been, it felt like a virus, this show. It just keeps spreading and blossoming and getting bigger and bigger. And I'm just thrilled that, you know, you guys dig it as well. Vielen Dank.